Wie du es schaffst, dass deine Mitarbeiter ihr Leben lang bei dir bleiben. Und das in der aktuellen Zeit, wo die Leute alle drei Jahre im Schnitt den Job wechseln. Herzlich willkommen zum Video. Mein Name ist Alex, ich bin jetzt wieder am Start. Hallo. Und wie du weißt, ist ja so, dass die Mitarbeiter sehr häufig den Job tatsächlich wechseln. Ich habe jetzt alle drei Jahre mal einen Raum gestellt, weil das mein Gefühl ist. Ich glaube sogar, es gibt Statistiken dazu, die kann man mal prüfen, aber das wird in dem Rahmen ungefähr liegen. Und ja, was kannst du eigentlich tun, dass du Leute halt nicht ständig verlierst und ständig im Auswechseln machst? Ja, gerade im Handwerk ist es halt wichtig, dass deine Leute halt bei dir bleiben. Wenn du das knappe Gut Fachkraft sozusagen gewonnen hast, dann ist es natürlich extrem wichtig, dass die auch in deinem Betrieb bleiben und nicht nach kurzer Zeit wieder weggehen. Das betrifft natürlich erstens Mitarbeiter, die du schon lange hast, die willst du natürlich halten. Und auch neue Fachkräfte, die du gewinnst oder auch zum Beispiel Azubis, die gerade bei dir angefangen haben, eine Ausbildung zu machen. Die willst du natürlich auch möglichst lange in deinem Betrieb halten. Und ja, darum geht es heute, wie man im Handwerk sozusagen die Leute behalten kann. Und vielleicht mal, um die Wichtigkeit dieser Zeit auch auszudrücken, einen neuen Mitarbeiter einzustellen, kostet mindestens mal drei Gehälter, um den irgendwie fit zu bekommen. Also drei Monate, bis er wirklich läuft. Das kostet dann sicherlich nochmal einen mittleren vierstelligen Betrag, um ihn erstmal zu gewinnen. Jetzt unabhängig davon, über welche Werbemaßnahmen du das machst. Dich mal 4.000, 5.000 Euro musst du für einen Mitarbeiter realistisch einfach einplanen. Und es kostet dann nochmal Geld, wenn ein alter Mitarbeiter dafür geht, dass er die letzten Monate demotiviert ist, wenn wir nochmal drei Gehälter gefühlt weg sind. Also wir sind da ganz schnell bei irgendwas um die 20.000, 30.000 Euro, die dich das kostet, einen neuen Mitarbeiter zu verlieren. Und wenn man sich das klar macht, dann ist auch klar, wie wichtig die Bindung eigentlich ist, plus das Betriebsklima wird auch besser. Also es geht immer damit los, dass der Handwerker erstmal ein gutes Onboarding bekommt. Onboarding bedeutet, da kommt das Unternehmen und wird einfach gut aufgenommen. Es wird ihm alles systematisch erklärt, es sind keine veroffenen Fragen im besten Fall. Und er merkt, hey, die haben sich darauf vorbereitet, dass sie heute kommen. Es ist nicht so, oh fuck, der neue, der Kollege ist da. Oh Gott, was machen wir jetzt mit dem? So ist er bei ganz vielen Betrieben. Dann wird erstmal gesucht, okay, wir können wir den jetzt beschäftigen. Ne, die Materialien sind auch nicht für den da, also nicht bestellt worden. Verdammt, hat jetzt die Kollegin wieder verschusselt. Und das ist halt immer nicht so schön. Da ist dann schon ein ganz schlechter erster Eindruck, wo es ganz schnell sein kann, wenn dann sein alter Chefin nochmal was für das Angebot macht, dass er wieder zurückwechselt. Und hier geht es einfach damit los, dass du die mal eine 50er Onboarding-Mappe machst. Am besten so etwas physisches, wo dein Unternehmenslogo auch drauf ist, wo einem alles klar erklärt wird. Alle Materialien schon da sind, Fahrzeuge, was er braucht, schon da ist. Gegebenenfalls, wenn er im Büro arbeitet, PC und sowas schon alles vorbereitet und eingerichtet ist. Damit geht es halt los. So, das ist das Erste. Wenn er merkt, der ist gut willkommen, geht es halt weiter, es sollte immer fair ablaufen. Also wenn er halt eine gute Leistung bringt, sollte er weiterkommen. Wenn er keine gute Leistung bringt, sollte er auch Möglichkeiten bekommen, sich zu verbessern. Das heißt, in den meisten Betrieben ist das Ganze deutlich willkürlicher. Es ist halt so, okay, der Chef ist schlecht gelaunt, der macht allemal ein, egal ob gut oder schlechter Job. Wenn es bei dir so ist, wenn du das Gefühl hast, okay, so ein Chef bin ich auch manchmal, dann hinterfrag dich. Überleg dir, ob das wirklich gut ist, ob das wirklich fair ist, ob das wirklich Sinn macht. Und dann geht es noch weiter, wie kannst du die Leute weiterentwickeln? Jetzt gerade für Leute, die länger dabei sind. Also wenn du jetzt Leute hast, die, keine Ahnung, seit 10 Jahren bei dir sind, frag dir einfach mal, hey, bist du zufrieden so? Würdest du gern was ändern? Gibt es irgendwelche Dinge, wo du sagst, hey, da willst du die nächsten Jahre noch hin? Da willst du noch, willst du ein bisschen dazusammeln? Und dann einfach gucken, dass man Leute entwickeln kann. Ja, gerade mit Fähigkeiten, die vielleicht in deinem Betrieb noch sinnvoll sind. Also es können Fortbildungen sein, die dann auch dein Unternehmen weiterbringen, zum Beispiel neue Dienstleistungen, neue Arten anzubieten, für den Kunden noch mehr Mehrwert zu bieten. Und da kannst du, ein einfaches Beispiel ist jetzt zum Beispiel, dass deine Mitarbeiter zum Beispiel eine Fortbildung machen im Thema Photovoltaikanlagen, zum Beispiel, wenn du jetzt im Elektrikbereich tätig bist, dann einfach zu fragen, hey, kannst du dir das vorstellen? Und dann auch mit den Mitarbeitern sozusagen diese Zukunftspläne zu besprechen und zu sagen, hey, wir planen mit der Firma das und das noch zu machen. Oder wir wollen uns hier in dem Bereich noch ausweiten. Könntest du dir das vorstellen, da irgendwie eine Fortbildung zu machen oder so? Also einfach die Leute auch mal fragen, worauf sie Lust haben, weil dann beziehst du sie mit in die Pläne ein und sie können auch die Zukunft selber mitgestalten. Genau. Und die Leute gehen ja nur, weil sie entweder sich schlecht behandelt fühlen, unfair behandelt fühlen oder weil sie irgendwie mit ihren Fortschritten nicht mehr zufrieden sind. Und wenn du diese drei Sachen einfach rausnehmen kannst, dann hast du auch keine Wechselkunde. Gut, es gibt natürlich immer noch die Sonderfälle, wo, keine Ahnung, eine Freundin in irgendeiner anderen Stadt oder Land kennengelernt hat und dann umzieht. Da kannst du nichts gegen machen, aber das sind die seltensten Wechsel. Also vielleicht 10 Prozent oder so betrifft sowas. 90 Prozent sind wirklich Dinge aus Unzufriedenheit, auch wenn die Leute was anderes teilweise erzählen. Aber die hätten, würden nicht woanders hingehen in irgendeiner Stadt, vielleicht auch, wenn sie mit ihr 100 Prozent zufrieden gewesen wären oftmals. Ja, ich glaube, wenn man es mal runterbrechen soll auf so die wichtigsten Kernpunkte im Handwerk, dann ist es, glaube ich, zum einen ein wettbewerbsgerechtes Gehalt, eine vorhandene, gute Wertschätzung und eine kontinuierliche Weiterbildung, wenn möglich. Ja. So, das sind meiner Meinung nach die drei wichtigsten Dinge im Handwerk, um Leute langfristig zu halten und auch um Leute zu gewinnen, tatsächlich. Und Wertschätzung beinhaltet auch sowas wie moderne Arbeitsmethoden oder moderne Arbeitsmittel. Also, dass da bei Dachdeckern irgendwie die Ziegel noch einzeln aufs Dach geschleppt werden oder weitergegeben werden, so kann man mal kurzfristig machen. Aber im Normalfall sollte man halt eine Maschine haben, die einfach hochfährt. Ja. Was ansonsten für alle Beteiligten einfach die Riesenplackerei ist und nicht wirklich Wertschätzung ausdrückt. Super. Ich hoffe, du konntest ein paar Sachen mitnehmen. Lass gerne einen Daumen nach oben da, lass gerne ein Abo da. Und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Und beobachte die selber mal, was für die Sachen machst du schon, was machst du noch nicht. Und wenn du dir alle Sachen einführst, dann wirst du merken, sind deine Leute auch deutlich zufriedener und leisten deutlich mehr, als sie sonst machen würden. Und wir sehen uns dann bei Dachdeckern.